Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Feuerwerkstv und heute ist es soweit. Wir haben den Dienstag, den 29.12.2015. Heute ist es soweit. Heute wird in Deutschland Feuerwerk verkauft. Und ja, nochmal mega geilen Dank. Eigentlich wollte ich da noch ein Special von machen für 676 Abonnenten. Das steigt mir glücklich. Das hatte ich noch nie. Keine Ahnung, ob das YouTube alles immer aktualisieren muss, aber man muss es ja schätzungsweise. Aber das ist einfach heftig. Ich gucke jede 10 Minuten drauf auf meinen Abonnenten mehr. Das ist einfach geil. Also, danke, danke, danke. Da kommt noch ein Abonnenten-Special. Und ja, also wie das morgen, besser gesagt, morgen, wenn ich schon heute losgehen soll. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe um 8 Uhr leider, also morgens kann ich leider noch nicht los, weil ich noch sauviel abdrehen muss. Ich muss noch so einen Film drehen und so weiter und so fort für eine Firma. Und deswegen habe ich morgens um 8 Uhr keine Zeit. Da fängt mein Drehtermin an und so weiter. Das stört mich selber auch ein bisschen. Aber um 12 Uhr habe ich dann Zeit und dann geht es ab in die Läden. Hoffentlich ist da noch ein bisschen was da. Hoffe ich zumindest. Mindestens. Und dann geht es richtig ab. So, als kleines Special. Mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege, das zwischenzeitlich noch zu zünden. Ich liebe diese Blenden, weil die echt hammergeil sind. Habe ich hier noch so ein paar 1C-Böller von Keller. Und ein paar Komet, ein Komet-Verbund. Meteoriten-Verbund, sorry. Ja, also mal gucken. Kommt bestimmt noch ein bisschen was zu. Und ja. So, danke nochmal. Und dann bis gleich. Besser bis nachher.